Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, wo ich mich, für die, die die letzte Folge bis zum Ende verfolgt haben, ich habe mich entschieden, doch noch ein paar Quests hier abzuschließen, einfach nur so, und ich werde auch noch ein bisschen stärker werden. Ich will stärker werden. Ich habe zwar keine 15 Punkte, aber ich kann zumindest zwei Punkte mir holen. Tschüss. Ne, ich würde gerne noch so ein paar Quests machen, also manche Sachen sind ja auch relativ einfach noch zu erledigen, und dann würde ich auch noch ein bisschen in der Wildnis rumlaufen und Gegner kaputt kloppen und sowas und mich freuen, dass ich mich jetzt selber heilen kann. Habe ich da eigentlich schon einen Zauberslot für investiert? Ja, es ist auf der 8 immer noch. Sehr gut, sehr gut. Jetzt fängt das Leben an, langsam Spaß zu machen, weil ich kann mich jetzt für Mana heilen. Das ist super, weil Mana wieder auffüllen ist nicht so kompliziert, da habe ich noch genug Tränke für und die ganzen Blauflieder und sowas. Also das ist echt schon meiner Ansicht nach ein krasser Einschnitt im Leben eines Paladins, wenn man endlich mal anfangen kann, sich selber zu heilen. War schon geil. Für mich einer der größeren Vorteile Paladins zu heilen, ich meine, bei den anderen gibt es auch Wege, sich zu heilen. Als Magier kann man das sogar noch früher. Und als Söldner kann man halt Tränke schlucken. Söldner hat einen Glitzerbogen, Sarah steht anscheinend auf Bling Bling. Ah, da bist du ja wieder. Ja, ich zeig mir deine Ware. Ich habe dir nämlich so ein Buch verkauft, was ich jetzt anscheinend doch noch brauche, nämlich dieses göttliche Kraft der Gestirne. Auch wenn das 400 Gold kostet, ist mir das egal, ich habe eh genug Geld, glaube ich. Das ist mal wieder typisch. So, was hatte ich denn eigentlich jetzt noch zu tun? Ich kann noch für den Eintopf, kann ich noch zu Tegla gehen. Ich kann das Buch zu Magier bringen. Und ich werde erstmal, werde ich jetzt hier auf der linken Seite nach oben laufen. Und gucken, ob es da noch irgendwelche Gegner gibt. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen Erfahrung machen, vielleicht noch eine Stufe kriegen. Bevor ich mich dann wieder in die Min-Kolonie zurückstürze und auf die Drachen stürze. Was bestimmt sehr schmerzhaft wird. Ich meine, es sind Drachen. Drachen sind, glaube ich, nicht so putzig. So. Was haben wir hier denn hübsches? In dem Turm sind jetzt nicht wieder neue Banditen aufgetaucht. Hoffe ich mal. Da geht's zu dem komischen Einsiedler, der hier auf der, auf diesem Berg hier ein bisschen wohnt, weil er nicht mehr in der Stadt wohnen möchte. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Tut mir leid. Hier noch Viecher aufgetaucht? Ne. Dann gehe ich aber mal den anderen Weg. Ach, warum nehme ich die Armbrust weg? Armbrust ist immer gut. Oder halt irgendeine Fernkampfwaffe. Man kann auch einen Bogen dafür nehmen, wenn man Geschicklichkeit hat. Aber weil ich halt Stärke trainiert habe in erster... In erster Hinsicht ist halt eine Armbrust besser, weil man da immerhin noch so ein bisschen Schaden mitmachen kann. Ein Bogen ohne viel Geschicklichkeit ist halt... ...bescheiden. Ist da noch was? Noch Riesenratten. Interessant. Na, komm schon. Ja. Ne, nicht der Wark. Der da unten, die Ratte. Da oben ist ein Wark. Interessant. Na gut. Muss ich mal im Hinterkopf behalten, dass da noch irgendwo ein Wark oben ist. Mittlerweile sollte ich ja mit denen fertig werden, solange das nicht... ...drei oder mehr sind. So, jetzt noch ein bisschen Sumpfkraut, ein Heilkraut, das ich noch mitnehme. Man weiß ja nie, was ich nochmal mit den Sumpfkraut mache. Das ist ja immer so eine Sache. Nachher brauchen wir es mal wieder oder irgendjemand kauft einem das ab oder sowas. Ich glaube, irgendeiner kauft mir das sogar ab schon. Da sind noch Wölfe und dann sind noch Blutfliegen. Das ist ja ein Paradies. Nichts zu holen. Das ist ja ein Träumchen. Das ist hier noch. Aha, hier geht es irgendwo durch. Dann will ich mal schauen, was hier ist. Blutspuren. Ja. Der erfahrene Zuschauer, so wie der erfahrene Spieler weiß, auf was Blutspuren hinweisen. Vor allem Blutspuren plus Höhle ist meistens schon ein relativ eindeutiges Zeichen, was einen hier erwartet. So. Da ist nichts zu. Ein Lederbeutel, ein Trank, noch ein Trank und noch ein Lederbeutel. Ich kann mal wieder Lederbeutel öffnen machen. Na, ist ja noch was. Lederbeutel, Trank. Schön. Haben wir noch einen Schattenläufer gefunden. Das freut mich doch immer. Ist hier oben noch irgendwas? Vielleicht? Irgendwie so ein Pflänzchen oder sowas. Na, das ist eine Heilpflanze. Das ist jetzt nicht so besonders prickelnd, aber ich nehme sie mal mit. Irgendwie wäre es noch schön, einen Zauber zu haben, mit dem man auf größere Entfernung schon irgendwie... Oh, hallo, Kronenstöcke. Was ich sagen wollte, irgendeinen Zauber zu haben, mit dem man auf größere Entfernung schon Gegenstände finden kann. Also gab es ja im ersten Teil, gab es ja Telekinese als Zauber. Und wenn man höhere Stufen hatte, auch halt als Rune für magiebegabte Leute. Sowas ist eigentlich echt praktisch. Einfach nur, um damit in der Hand rumzulaufen, wenn man schon weiß, dass da keine Gegner sind. Um zu sehen, ist hier vielleicht noch irgendwo Loot. Vor allem so wertvoller Loot wie Kronenstöcke oder Drachenwurzeln oder sowas sind halt wertvoll. Und die will man eigentlich nicht irgendwie aus Versehen liegen lassen, weil man gerade von Blutfliegen abgelenkt war oder sowas. Nichts zu plündern. Was ist denn das? Das ist ein Snapper, ne? Nee, Wundheilung, danke. Oh, baby. So. Dann kommt mal her, Jungs. Hier gibt's was aufs Maul. Aufs Maul! Nichts zu plündern. Hier ist auch noch eine Innos-Statue mit einer Spruchrolle und einem Tränkchen. Beten war ich aber heute schon. Glaube ich. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass ich heute schon mal beten war. Ist ja auch schon relativ spät. Aber ich würde gerne noch hier so ein bisschen rumlaufen. Hier sind ja anscheinend noch ein paar Gegner. Und Gegner ist Erfahrung und so und Spaß. Ich meine, Skothic würde nicht so viel Spaß machen, das zu spielen, wenn's nicht auch spaßig wäre, Gegner umzubringen. Wer hat da die Waffe gezogen? Oh, oh, ein Ork. Äh, okay. Snapper, lass mich mal bitte in Ruhe, ich hab hier was mit dem Ork zu klären. Oh, die Snapper lassen mich nicht in Ruhe, ey, fuck. Wieso sind da ein Ork und Snapperhaus? Ist so ein bisschen übertrieben. Oh, fuck. Jetzt gibt's aufs Maul für mich. Komm her, oh Junke. Jetzt kann ich wieder um den Orkrieger kümmern. Da dachte ich, da wär's mit mir geschehen, aber es war doch noch nicht so weit. Und nochmal bitte. Ein Traum. The Dream is real. So. Oh man. Tauchte auf einmal ein Ork auf, während ich gerade, ähm, das ist auch noch ein Wark, wie's aussieht. Komm her. So. Noch ein Ork oder sowas. Sieht nur nach Feldräubern aus. Kommt mal her. Meine Herren, nicht so viel rumdancen. Da hinten ist noch ein Ork. Okay. Mr. Ork. Na, jetzt war ein Stück zu früh. Also dann würde ich auch gerne auf gleicher Höhe kämpfen, weil manchmal hat man irgendwie das Begleben, Gegner zu treffen, die ein Stück höher stehen als man selbst. Na, komm schon. Ach, stirb doch einfach mal. Das ist doch keine Chance hier. So. Gut. Warte mal was, da sind noch wieder Varge. Ich seh das doch. Okay. Ich glaub, ich muss mal hier ein bisschen Mana schlüpfen. Wo ist mein Mana? Mana, Mana, Mana. Oh, das füllt das fast auf. Ist ja praktisch. So. Dann gegen die Waage da vorne. Kommt her, meine Mistviecher. Tja, jetzt stehst du mit dem Rücken zur Wand. Das ist nicht so gut für dich. Ich weiß das. So. Haben wir das? Noch irgendwo was hier? Na? Na, sieht nicht so aus. Gut. Aber wir haben einen guten Überblick von hier. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Ork umgebracht. Da hinten sind noch Blutfliegen. Und noch Varg. Okay. Sollte mich vielleicht nicht zu weit vorwagen. Na, auf die Entfernung ist doch ein bisschen extrem noch. Das Elfen-Gen habe ich anscheinend noch nicht. Da hinten ist auch noch ein Varg. Da oben sind auch Varg. Überall Varg. Nee, die Wunderheilung, bitte. Dann wird sich das auch so an, als ob hier ein Ork in der Nähe wäre. Also irgendjemand macht so komische Geräusche. Ich glaube nicht, dass es die Waage sind. Aber ich kann mich auch irren. Na, vielleicht sitzt doch die Waage. So, einer weg. So. Das ist weiter weg. Und eine Feuerwurzel ist hier noch. Und Feldmütterich. Und der Varg. Und dann wird es wieder geheilt. Habe ich schon gesagt, dass ich das ein Traum finde, dass ich mich jetzt endlich heilen kann. Da vorne ist wieder ein Ork-Krieger. Fuck. Ich wollte nicht beide pullen. Verdammte Axt. Ich habe gerade erst gesehen, dass da zwei waren. Ich habe doch noch einer bekommen. Warte mal, ich laufe weiter weg. Vielleicht bleibt der eine irgendwann stehen. Ja, der eine ist stehen geblieben. Nein, läuft weiter. Ach, fuck. Verdammte Axt. Nein, lass mich in Frieden. Ja, Mann. Lass mich doch in Frieden, Mann. Ich will nicht gegen zwei von euch gleichzeitig kämpfen. Das wird nichts. Vielleicht kann ich ja diesmal einziehen. Vielleicht. Hallo? Also, jetzt sehen sie mich nicht, weil ich hinter denen bin. Na gut. Also, ich vielleicht hätte ich es geschafft, aber ich bezweifle es. Also, mit einem werde ich ja jetzt problemlos fertig, solange ich keinen totalen Bullshit mache. Aber zwei ist dann doch noch eine andere Geschichte. Ich glaube, ich werde einfach mal hier weiter diese Klippe langlaufen und schauen, was es hier noch gibt. Zwar anscheinend gibt es im Wald noch jede Menge gefährliche Sachen. Da kommt der ja. So. Da sehe ich doch noch Snapper zum Beispiel. Ja, kommt her. Die müssen nasser sind Keiler, keine Frage, okay? Gut. So, tschüss. Wollen wir eigentlich jetzt noch pflanzen? Ist noch Sumpfkraut, ne gut. Ich nehme es mal mit. Ich glaube, ich kann das an... Dings verkaufen. An Fortuno. Oh ja. So. Keiler Feld habe ich aber auch schon lange nicht mehr. Da ist nichts zu holen. Also, wieder Mole Rats. Wollen wir nur Mole Rats sind und nicht irgendwelche Orks. Tschüss. Oben sehe ich auch wieder Blutfliegen rumstirmen. Aber erstmal die Feldrolle. Kommt her. Gibt's aufs Maul, Junge. Aufs Maul. So. Dann sind sie wieder Varge, okay. Ich verschaffe mir erstmal hier einen Überblick. Bisher sind hier nur Blutfliegen und ein Schattenläufer, okay. Na, komm her. Ich bin mittlerweile mit dem Ziel ein bisschen besser geworden. So. Schattenläufer, so. Das ist ja nett. Nicht mal in der Höhle, sondern einfach bloß hier draußen. Allerdings dadurch, dass hier nicht eine Höhle ist, habe ich natürlich nichts, um den dagegen zu drücken. Aber dann mache ich ihn halt so fertig. So, jetzt wird's langsam dunkel. Und ich würde ungern im Dunkeln durch den Wald laufen, deswegen werde ich mich jetzt nur noch hier um diese Gegnergruppe da kümmern. Und dann das an einem immerhin Tag zumindest fortsetzen. So. Jetzt haben wir hier den rostige Waffen. Äxte, Pfeil, Heilkraut. Heilkraut, Bolzen, Jagdarmbrust. Huch. Was ist denn hier los? Heilkraut. Weidenbogen. Pfeil. Rostige Axt. Noch ein Pfeil. Jetzt kann ich, worüber ich die ganzen Pfeile mitnehme. Haben quasi keinen Wert. Zumindest beim Verkaufen nicht. Und ich benutze sie nicht, deswegen... Egal. Es ist so, macht der Gewohnheit. Man nimmt alles mit, was nicht bei drei auf den nächsten Baum springt. Aha. Eine Riesenratte. Ich glaube, ich mach mal ein bisschen Licht. Irgendwie ist es hier bei mir schon sehr dunkel, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie dunkel es bei euch ist. So. Fackel. Haben wir hier denn? Ein paar Fässerchen. Und ein Durchgang. Ist ja interessant. Womit denn? Was ist denn mit der Winde? Ist die kaputt oder sowas? Womit denn? Klemmt die? Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls, es ist draußen, wird es langsam dunkel. Und wir haben hier irgendwie noch eine Höhle gefunden. In einem Teil, den ich bisher nicht so erforscht hätte. Von daher... Ja. Gehe ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Brauchen wir noch hier ein paar Beutel auf, wenn ich schon mal hier bin. Jetzt wieder Katsching. So. Habe ich nicht noch mehr Beutel? Apfel-Tabak? Ne. Scheint, hatte ich nicht noch mehr Beutel. Kraut-Tabak. Ach, hier ist noch ein paar Beutel. Ne, mit? Wo auch immer die so ganz alleine da hinten sind. Ich weiß es nicht. So. Und jetzt möchte ich gerne noch das Buch ins Kloster bringen, das ich von Sarah zurückgekauft habe. Das heißt, habe ich noch einen Teleport zum Kloster? Ne. Zum Großbau muss ich, glaube ich, auch nicht mehr. Dann zum Kloster. Aber erstmal speichern. Dem, was manchmal beim Teleportieren abgeschmiert ist, das Spiel, speichere ich lieber vorher. So. Hamilton. So. Das gibt doch noch mehr Ärger. Wer brauchte das? Ich glaube, einer von den Magiern hier in dem Nebenraum war das. Ich habe die Bibliothek. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher. Karras? Hyglaas? Ich glaube, Hyglaas. Hier, ich habe ein Buch. Ich habe das Buch für dich. Sehr gut. Gib her. Du darfst dich jetzt entfernen. Ich werde mich zum Studium zurückziehen. Sehr gut. Na gut. Wenn ich eh schon mal hier bin, dann kann ich ja auch hier irgendwo mal schlafen. Zum Beispiel nehme ich mal dieses, diesmal das Bett. Bis zum nächsten Morgen. Kann ich auch gleich in der Statue beten. Die ist ja hier direkt, direkt nebenan. Innos, ich danke für diesen schönen Morgen. Und ich danke vor allem für die Stärke. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Ja. Aber dann haben wir jetzt tatsächlich eine Aufgabe erledigt. Äh, erledigt. Erledigt. Ich könnte das mit dem Eintopf immer noch machen. Aber weil ich die Eintöpfe wahrscheinlich nicht essen würde, bevor ich meine Stärke noch mehr trainiert habe, kann ich das glaube ich auch lassen. Es sei denn, da wären noch irgendwie viele interessante Gegner. Aber ich glaube, so eine Folge jetzt so zwischendurch zum Leveln und mal so ein bisschen abseits der Wege rumlaufen, war jetzt erstmal genug. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich dann weiter mit der Handlung fortfahren. Das heißt, ins Minental zurückkehren und den Drachen mal volles Hund aufs Maul geben. Oder zumindest zu versuchen und ehrenhaft dabei zu sterben oder sowas. Naja, es bleibt spannend. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.